Okay, Leute, es geht weiter mit The Last of Us und ich kam hier an dieser Stelle nicht weiter. Wir stellen mal unser Pferd hier ab, denn wir kriegen das Tor nicht auf, sind aber richtig hier. Aber ich habe da was übersehen. Und zwar dieses tolle Ding hier. Ja, schön. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, dass ich das brauche, um darüber zu klettern. Eigentlich logisch, aber ich habe das Teil einfach total übersehen. Es sah halt auch einfach nicht aus wie so ein Ding, was ich bewegen könnte. Dann können wir ja weiter. So, dann komm mit. Wir machen die Lampe wieder an. Und lassen wir das Pferd jetzt hier einfach stehen. Also hier können wir nicht lang. Ja, okay. Ach ja. Wie sehe ich eigentlich aus? Ach, das ist schon seit Stunden nicht da drauf, weil ich hier total im Spiel bin. Und hinterher denke ich immer, ach ja, schuld. Hier ist ein Brett, Ellie, falls es Wasser geben sollte. Also da sind wir auch nicht weitergekommen. Was sollen wir denn jetzt hier? Also ich glaube, wir sollen da rauf. Können wir diese Dings wieder, ja, vorrat sagen. Wir nehmen das nochmal nochmal mit. Dann können wir da auf den Truck. Aber es ist schon... komisch, dass hier keiner ist. Die müssen ja eigentlich auch mal raus, wenn es da welche gibt, wegen Vorräten und so. Hier geht's hoch. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na, bitte. Danke. Sehen wir uns um? Okay, sehen wir uns um. Sie kennt sich ja mittlerweile auch schon aus. Wir kennen uns auch schon aus. Wo sind sie? Richtig komisch. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Oder sie sind irgendwo in einem Keller oder... Keine Ahnung. Es sieht alles ziemlich leer aus. So wie immer eigentlich überall. Woanders auch. Nicht viel anders als sonst wo. Eine Werkbank. Die ist mir auch gar nicht aufgefallen. Die sollten wir mal noch tun. Ach ja, da sind wir mal wieder hier. Bei der Geschichte. Und wieder mal fehlen uns immer noch. Teilchen, wir können den Rückstoß wie immer verbessern. Und das Nachladetempo vom Jagdgewehr. Magazinkapazität könnten wir auch verbessern. Da verlangen wir eigentlich auf Reichweite. Ist auch gut. Wir sehen, aber schade. Uns fehlen anscheinend immer noch so gewisse Teilchen oder so. Ach ja, ich weiß auch nicht. Ich mach mal das Nachladetempo. Vom Jagdgewehr. 37 haben wir noch. Ja, das ist jetzt hier nicht der Hit, was ich hier mach. Aber immerhin, ne? Pistole versuche ich jetzt gerade so ein bisschen nach hinten mal zu setzen. Ist jetzt nicht so das Wichtigste, finde ich. Nachladegeschwindigkeit von einem Bogen. Weiß ich nicht. Ist das wichtig? Magazinkapazität mache ich mal besser von der Schrotflinte. Auch wenn wir ja gar nicht so viel gerade finden. Gut ist es immer, wenn wir diese Waffen verbessern. Aber es könnte natürlich alles noch besser sein. Hier wieder so ein Meetingraum. Da ist Ellie. Schubladen durchsuchen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Da noch irgendwas. Ganz viele Bilder. Ich kann das hier ein bisschen erkennen. Also so echte Fotos da so eingebaut. So wie es scheint. So, wir gehen rüber zu ihr. Wollen wir vielleicht wieder diesen Kabeln folgen? Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir auf einmal hier sind. Hey. Aber echt. Nicht zu... Nicht zu voreilig sein, Ellie. Hä, ist das der Raum, wo ich gerade war? Weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht. Aha. Okay. Ist das jetzt hier ein anderer Raum? Da wäre ich doch gerade eben auch reingekommen, oder? Oder? Nee. Werkzeugstufe 4. Und was haben wir hier Schönes? Ah, wir können hier auch noch... Oh, wir brauchen aber unbedingt Medikit. Finde ich. Damit wir da ein bisschen besser ausgerüstet sind. Äh, ich mache auch noch mal ein Messer. Finde ich auch super. Nagelbombe hätte ich auch gerade gekonnt. Ist aber mir egal. So, wir können das verbessern. Aber halt so wie immer. Ich warte noch mal ein bisschen. Wir werden immer cooler. Wir werden immer besser. Ja, Moni. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Das gefällt mir gut. Oh ja, das gefällt mir gut. Eigentlich könnten wir jetzt schon wieder zurück zur Werkbank. Sollen wir das tun? Mal einmal zurücklaufen. Hm. Könnte man eigentlich, ne? Er läuft voll arm irgendwie. Ha. Ja, ja, ja. Trudel, trudel, trudel. So, hier sind wir doch hergekommen. Wo ist sie jetzt? Wo ist denn jetzt die Bank? Wo habe ich das gemacht? Hier war das. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Ach ja. So, guck mal. Hier, Schaden. Fürs Jagdgewehr können wir nämlich auch noch mal verbessern. Das mache ich. Oder? Ja, das ist alles schon ziemlich nice. Flammenwerfer könnten wir die Reichweite auch erhöhen. Oder das Lachladetern. Die Reichweite vom Flammenwerfer nennt auch ziemlich cool. Aber ich glaube, ich mache tatsächlich mal den Schaden vom Jagdgewehr cool. Yes. Gefällt mir gut? Nee. Sieht gut aus. Das ist ein gutes Jagdgewehr jetzt. Und jetzt können wir nochmal raus. Hat sich doch gelohnt. Na? Soll ich wieder wackeln mit dem Controller, damit die Lampe besser geht? Hm. Ja, soll ich. War klar. So, Ellie. Hier habe ich den Raum aufgemacht. Äh, genau. Schön. Hier haben wir alles eingesammelt. Jetzt bin ich zu weit. Hier muss ich hin. So. Aber wir waren da noch nicht, oder? Waren wir hier um die Ecke? Ich glaube nicht. Doch. Ach so. Alles klar. Heh. Okay. So. Hier lang. Es ist so verdammt still hier. Und ich weiß nicht warum. Was ist das? Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Ich auch nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Hm. Sehr, sehr mysteriös hier. Oh, oh. Da geht's weit runter. Warum, warum wollen die das? Also ich meine, wenn sie dann merken, hier ist niemand. Warum wollen die das dann so erforschen? Mit Fahrstuhl haben wir ja auch so unsere Erfahrungen schon gemacht. Das muss nicht sein. Jetzt wollen die jetzt echt in dieses Loch springen. Oder gehen wir nach oben? Ich weiß nicht. Ist das eine geile Idee? Wir gehen mal erstmal nach oben. Hallo? Richtig merkwürdig. Vielleicht sind sie wirklich alle weg. Oder halt alle infiziert. Das wäre natürlich das Schlimmste. Irgendwie. Ellie geht gerade schon mal vor. Mutig, wie sie ist. Oder gewöhnt, wie sie es ist. Was ist hier? Ach so. Und komisch. Hm. Ey. Ist doch unnormal hier. Komplett. Unnormal. Hier ist wieder so ein Wagen. Ziegel. Das heißt immer halt zum Ablenken. Finde ich sehr komisch gerade hier. Aufzeichnungsgerät. Mal gucken. Der Ton kommt hier raus. Okay. Der Ton kann einfach mal aus meinem Controller. Aber wie gehen wir denn jetzt? Also. Ist das dann noch cool? Alles hier so zu überprüfen? Also überprüfen. Klar. Aber. Ich weiß nicht. Es würde mich halt mega verunsichern. Gerade an deren Stelle. Tut es wahrscheinlich auch. Aber. Ich weiß nicht, ob ich. Darauf scheißen würde. Es ist zwar. Es ist ja ein tolles Phänomen. Dass sie. Das abkann. Dass sie halt. Im Gegensatz zu dem Rest. Der Menschheit. Immun ist. Aber. Ist es das halt wert? Denke ich mir gerade so. Immer wieder. Das Leben aufs Spiel zu setzen. So. Statt sich. Ich sag mal in Anführungszeichen. Sich drüber zu freuen. Einfach. Oder. Selbst irgendwie. Ihr Blut abzunehmen. Und ich weiß nicht. Also ich meine klar. Man würde. Das natürlich nutzen wollen. Aber irgendwie. Ja. Ich weiß nicht. Also. Irgendwo würde ich halt glaube ich. Dann auch aufgeben. Oder. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir ja noch mehr solcher Berichte. Wir finden auf jeden Fall eine Menge Kram gerade. Könnten eigentlich schon wieder zur Werkbank langsam. Da ist sie. Machen wir mal hier die Tür auf. Also eigentlich immer. Mist. Das sind dann wohl Klicker, ja? Nein. Klicker verstecken sich nicht. Ja. Okay. Wer ist hier? Wer ist hier? Richtig komisch. Aber ich war doch hier schon überall. Ich. Hä? Gut. Dann machen wir einfach weiter unsere Runde. Und ich. Ich quassel weiter. Oder wie? Also. Irgendwie. Echt creepy. Wir gehen einfach mal hier weiter. Oh. Das wird ja. Nicht weniger creepy hier. Das ist schön. Habe ich hier irgendwas übersehen gerade? Nee. Was machen wir hier? Ah. Röntgenbilder des Pilzes. Das ist ja auch krass hier. Wie der sich ausbreitet. Und dann haben sie das wahrscheinlich auch geforscht. Und genau diese Leute bräuchten wir natürlich. Damit sie auch bei Ellie forschen können. Damit sie eventuell. So I am legend. Und näht sich. Ach die Affen. Damit sie eventuell natürlich ein Gegenmittel werden könnte. Ja. Lieber Affen als Klicker. Auf jeden Fall. Ja. Er will natürlich jetzt auch seine Mission irgendwie beenden. Okay. Wir haben hier wieder eine Aufzeichnungsgeschichte. Wir haben hier Paletten. Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja. Die Frage ist. Was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie. Ja. Wenn ihr in die Freiheit passiert, dann wäre ich langsam. Mist. Oh nein. Oh nein. Der weist. Oh mein Gott. Okay. Ähm. Nicht wundern übrigens, dass der Ton hier aus meinen Dingern kommt. Das ist ziemlich cool natürlich fürs Let's Play. So ein bisschen merkwürdig jetzt. Ich weiß nicht, wie das mit dem Ton gelaufen ist, aber ich denke mal, ich kann diese Medikamente da einsammeln. Ähm. Ich habe den Ton bei mir über den Monitor laufen. Und von daher, ja. Geht das nicht anders, aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Ist so ein bisschen Dolby. Surround hier. So. Schön. Aha, da ist... Und wieder ein Abspielgerät. Wenn sie die Firefly suchen, sie sind weg. Was du nicht sagst. Ich bin tot. Oder bin es bald. Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... Ganze scheiße, reine Zeit verschwinden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit. Vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Der Kunt. Ach. Scheiße. Mal wieder werden wir angegriffen. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Wir haben aber nur die Schrotflint. Das ist scheiße. Das ist doof. Hast du noch diese andere Geschichte hier? Da ist wenigstens so ein Ziel. Viel Dings dabei. Ja. Na gut. Toll. War ja irgendwie abzusehen hier, dass hier gerade keiner ist. Aber ich dachte, da passiert nochmal so. Richtig. Was? Tut's ja auch. Wir werden jetzt angegriffen. Wir wollen weggehen und ich habe ein bisschen Angst, dass hier unser Pferd... Ich sehe kaum was. Bring ihn in. Geht doch. So, das nehmen wir. Dankeschön. Aber echt. Aber echt. Elli, danke. Ach, das war jetzt echt blöd. Weil ich kaum was gesehen habe und die kamen direkt um die Ecke hier. Ja. Dann wieder zurück, oder? Und wo sind wir hergekommen? Da. Super. Kommt ruhig in meine Geschichte hier rein. Aua. Was? Oh, scheiße. Oh, sie sind nicht mehr. Und ich werde irgendwie immer wieder getroffen, ich Dumme. Oh. Ach, da. Kämpft sie mit dem. Schnell hin. Wo ist er denn? Verdammt! Moni? Sehr gut. Mir geht es schon wieder so schlecht, ey. Oh Mann, Gott. Hast du das gesehen? Ich bin hier die ganze Zeit... Sie ist richtig gut geworden, finde ich, im Kämpfen. Aber ich merke, dass ich mich erst mal wieder dran gewöhnen muss gerade. Hallo? Da ist einer. Geht er lang? Okay, die kommen alle da hochgelaufen gerade. Zeit für Krieggeschichte. Schnell hin! Okay. Wir nehmen die komische Axt. Okay, da ist Ellie. Da hinten ist der andere. Können wir die nicht von hinten? Ich finde dich, Brenner. Wo zur Hölle steckt du, die unzählige Flasche. Jetzt kommt er von hier. Wo ist er denn jetzt wieder? Ach du Scheiße! Ja, hallo! Okay. Haben wir. Ja. Ellie erschreckt mich nicht so. Okay. Das haben wir auch. Okay, okay, okay. Alles cool. Wir wollen ja wieder zurück. Dann gehen wir wieder runter. Hallo? 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 Mach, 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 mach! Scheiße. Okay. Nimm. Können wir mal... Okay. Ich kann leider kein Medikip nehmen. Das ist richtig schlecht. Was? Nein, ich will nichts tauschen. Oh, wie blutig und unheimlich das jetzt hier gerade auch alles ist. Ist hier, ist hier nicht irgendjemand, den wir noch erlauschen können? Okay, da geht's nicht. Hi. Hi. Okay. Shit. Verdammt! Scheiße. Ich war so knapp. Ich weiß jetzt nicht, ab wo ich nochmal alles spielen muss. Eigentlich sind wir ziemlich weit gerade gekommen. Sowas regt mich auf. Und ich brauch... Ja, okay. Ja, ist okay. Hallo? Mach! Ich muss irgendwo weglaufen, wo ich auch Deckung bekomme, sonst wird das hier nix. Boah, scheiße gerade. Ja. Yay. 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 Ja, komm, komm. Scheiße. Komm, 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 komm! Ich bin schon wieder so angeschlagen. Was? Es ist zum Verrücktwerden. Das mache ich jetzt. Hast du mir hier hingeworfen wieder? Oder hast du einfach nur neu geladen? Mädel. Ach ja, ach ja, ach ja. 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 Ich wollte eigentlich, dass die Nagelbombe hier cool fliegt. Aber irgendwie nicht so. Mieses Schwein. Ich gebe mir Mühe. Nimm das Ding. Soweit ich weiß, ist er da jetzt wieder um die Ecke. Und ich bin im Arsch. Bin einfach... Ach, ich kann doch! Hey, ich habe Mini-Dings. Yeah! Vielleicht schaffe ich es doch noch zu überleben. Da ist er doch. Hier. Jo. Okay. Fuck! Komm schon, komm schon, komm schon! Hör dich! Nein! Nein! Fuck! Scheiß! Das ist ein tödlicher Wunder! Nein! Tschönen! Nein! Lauf weg! Was? Lauf! Lauf weg! Lauf! Zieh ihn raus! Ich darf mich aufziehen! Okay, bereit? Eins, zwei, drei! Gehen wir einfach zum Pferd! Ja! Ist klar! Nein! 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 Das muss unbedingt wenigstens schnell verbunden werden! So, der auch noch durchklickern! Das wird nicht... Der wird noch bewusstlos! Und dann... Du musst schießen! Ich komme dann von der Seite! Belly! Du hast meine Freunde getötet, Arschloch! Du klein... Oh fuck! Oh fuck! Oh man... Mist! Wir müssen dich hier rausschaffen! Ich bin okay! Das bist du nicht, Joel! Oh Gott! Ich mache mir richtig Sorgen um ihn! Das geht gar nicht schnell! Er ist kurz vor dem Bewusstsein! Das... Ne, verbindet sich nicht mal! Hier ist keiner! Schnell! Aufs Pferd! Irgendwie aufs Pferd, wenigstens, damit sie das schafft! Das geht doch gut! Nur weiter so! Warum? Oh man! Hier! Hält dich fest! Nein! Kannst du laufen? Ja! Dann lauf doch auch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist wert? Los! Komm! Da ist der Ausgang! Nimm uns ein kleines Stück! Komm! Hey! Hey! Joel! Hinter dir! Was? Ellie! Bleib hier unten stehen! Oh Mist! Oh Mist! Ich habe eine Ratte! Oh Gott! Warte! Ich öffne die Tür! Lass dir Zeit! Los! Komm! Okay! Komm! Komm! Es geht doch! Scheiße! Haue! Einfach das Pferd! Oh Gott! Ab aufs Pferd, damit sie irgendwas machen kann! Irgendjemand muss ihn verarzten! Irgendjemand muss ihm helfen! Bitte! Komm schon! Das schaffst du irgendwie nicht! Sehr gut! Oh Gott! Oh Gott! Holy... Ich glaube hier sind wir sicher! Jetzt fängt es auch noch an zu schneiden! Joel! Joel! Oh Gott! Ich wusste das! Hier! Ah! Steh auf! Steh auf! Steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh ich schon auf! Joel! Was? Das wird nicht lang reichen. Ist sie jetzt allein? Ich weiß nicht, ob Ellie jetzt allein ist oder nicht, aber ich werde an der Stelle jetzt einen Cut machen müssen, Leute. Es ist sehr bewegend gerade, ich habe richtig Angst. Eigentlich kann er es gar nicht überlebt haben und sie ist halt auch gerade allein. Wenn wir richtig Glück haben, dann hat er es irgendwie überlebt und sie kommt wieder zurück. Und irgendwie wurde ihm geholfen und man erfährt es im Nachhinein. Aber vielleicht ist das einfach der traurige Werdegang, dass Ellie letztendlich am Ende doch alleine ist. Ich weiß es nicht. Es ist furchtbar traurig, wie das gerade passiert ist. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und sehr schockierend. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part von The Last of Us und mal gucken, ob wir dann noch erfahren, wie es gelaufen ist. Bis dann!